Die Feuerwehrleute in Hamburg Bis die Feuerwehr eintrifft, ist es oft zu spät. Wir wollten also da nochmal und die Botschaft hineinbringen, dass also wirklich eine Rakete nur gezündet werden darf und soll, wenn also ein sicherer Stand gewährleistet ist und wenn auch um diese Raketen der Abschussbereich auch genügend Platz ist, damit also keine anderen Personen gefährdet werden. Und hier beschäftigen wir uns mit dem Hauptgrund für Wohnungsbrände in der Silvesternacht. Kochend heißes Öl im Fondue-Topf und die Gefahrenquelle liegt oftmals darin, dass unter dem Fondue-Topf brennender chemischer Treibstoff sich befindet. Die Flamme schlägt dann eventuell in den Topf über, der Topf gerät in Brand und Hausherr oder Hausfrau weiß sich in seiner Panik nicht anders zu helfen, als das Mineralwasser, das daneben steht oder die Blumenvase in den Topf zu schütten. Oft mit fatalen Folgen, denn Wasser ist schwerer als genug. Das Wasser verpufft, das Öl spritzt durch die Wohnung und innerhalb von Sekunden steht alles in Brand, sodass die Feuerwehr hinterher nur noch die Trümmer löschen kann. Und hier bitte einfach den Deckel nehmen, im Grunde das Fondue-Gerät abdecken, außerdem letztendlich dann die Zündquelle bzw. das Feuer zu reduzieren. Das sind also unsere Kernbotschaften, um letztendlich ein gefahrloses Fondue abends, am Silvesterabend durchzuführen. Das ist auch ein Fondue-Gerät abends, am Silvesterabend durchzuführen.